Hallo, hier ist DadaMission, ich bin der Dennis, yeah. Und ich bin der Legendary Max. Ja, mit einem neuen Skin, der hoffentlich auch bei ihm ist. Ja, hoffe ich auch. Und ja, heute kommt er nämlich mal auf meine Map, haben wir nämlich was anderes gemacht. Heute wird er nämlich helfen zu bauen. Ja, und ich hol mir erstmal ein paar Sachen. Kann sie ruhig craften. Yeah, like a crafter. Kann übrigens sein, dass ich mittendrin ein bisschen husten muss, aber ich auch noch ein bisschen, naja. Erkältet ist. Aber wer ist denn dem? Wer ist denn nicht erkältet zu dieser Zeit? Erklärt mir das mal bitte. Ja, ich. Äh, du bist aber auch erkältet, nicht? Also nicht. Erkältet bist du auch? Äh. Oder einfach nicht? Nö. Doch. Nicht so ganz. Doch, sagen wir mal, du bist erkältet. Ja, okay. Oder habe ich ja noch ganz sehr gebraten. Hi. Schweinefleisch. Warte mal kurz. Wie geht's denn dir so? Oh je. Lecker Schwein. Yay. Das schon, du kannst dich aufnehmen. Aber bitte nicht zu viel Eisen verschwenden, ja? Und du hast die Tür offen gelassen. Äh, das weiß ich nicht. Ich bin als erster hier reinkommen. Du bist kein Schweinefleisch. Wie viel zu essen? 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 Wie viel zu essen sagst du? Äh, ja. Und ja. Ich bin auch noch ein bisschen unlogisch. Ja, ich bin immer unlogisch. Ich bin immer unlogisch, weißt du doch. Als ob. Ne, ähm. Genau, das gleiche wollte ich auch sagen. Mach dir mal besser ein Eisenschwert dann so. Und wir zacken. Darf ich eine Rüstung machen? Wir werden dann auf einfach zacken. Ach, weißt du was? Ich mache noch einen Brustpanzer. Ja, du brauchst ja nicht eine ganze Rüstung. Okay. Äh, du. Warte mal ganz kurz. Komm mal jetzt. Ach, zu voll. Warte. So, so, so. Äh, bei dir ist aber mein Skin da, oder? Ja, bei dir. Nehme ich dann Komm mal? Du versuchst, hier diesen Berg wegzumachen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen kompliziert dann. Während ich dann da hinten das Haus bauen werde. Toi, jetzt brauche ich noch eine Schaufel. Ich dachte, dass ihr eine Schaufel hier macht. Ne, hab's vergessen. Ich vergiss immer die Schaufel. Die Schaufel ist nutzlos. Muhahaha. Neh. Warum verbrenne ich eigentlich gerade nicht? Ah, ne, weil hier ist... Ich bräuchte vielleicht drei Schaufeln. Oh ja. Also machen wir sowieso so viel Eisen, also. Da können wir ruhig etwas, glaube ich, verständen. Äh, bleh, 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 bleh. Verständen, genau. Was ist das denn da hinten? Ein Berg, Wahnsinn. Hat man noch nie gesehen in Minecraft. Nö. So. So. So, das heißt, ihr könnt jetzt mal genauer gucken, was der Max so macht. Ich werde jetzt erst in die Luft jagen. Pssst. Wir können doch mal gucken, wie er abbaut. Übrigens, du hast auch das meine Kraft-Texture-Pack, oder? Ja. Wirklich? Ne, benutzt du es mal? Ist egal. Ach ne, das hast du ja gar nicht. Ich muss es dir mal geben irgendwann. Irgendwann. Drei Jahre vielleicht. Welches benutzt du denn jetzt? Zwachs oder was? Ich benutze nämlich gerade meine Kraft. Da brauche ich nicht ran. Verdammt. Ja. Ich denke mal, er wird so ein, zwei Folgen nur auf der Map sein und danach mache ich alleine weiter, weil ich ganz ehrlich, ich brauche mal ein paar Gehilfen. Ich bin doch nicht dein Gehilfe. Weil ich kann ja auch nicht alles alleine bauen. Ich bin doch nicht dein Gehilfe, Alter. Natürlich bist du der Gehilfe. Du bist Kumpel und hilfst mir hier. Oh je. Nein. Oh gut, ich fall nicht runter. So. 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 Was ich eigentlich als Haus vorhabe? Sag mal, ich hab ne Frage noch an dich zum Zocken. Welches Spiel hast du früher als Kind so alles gezockt? Also außer Minecraft. Äh. Das waren einige. Das können wir nicht mehr daran erinnern. Ich hab früher immer Pokémon so gezockt. Ich war da, da hast du dich. Ja. Das kann bei mir auch so gewesen sein. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall im Internet immer diese ganzen sinnlosen auf Spiele-Seiten. Ja. Und besser diese Browser-Games. Ja. Die kenn ich. Ich dachte schon. Diese ganzen sinnlosen, äh lächerlichen Spiele. Ja. Ich dachte schon, mein Schweinefleisch wäre jetzt verzaubert. Das wäre aber geil, oder? Ja, verzaubertes Schweinefleisch. Gibt es mehr Hungerpunkte? Das würde keinen Sinn ergeben. Warte mal kurz. Alles ergibt Sinn. Rausholen? Außer Bier. Ja. Das ist wahr. Außer Dada-Mission. Das ist wahr. Ich dachte, das ist wirklich wahr. Ich hab noch schnell mal kurz das hier auf den Tisch gelegt. So. So würde ich sagen, hier kommt wieder ein Fenster hin, äh. Ah. Sollen wir danach, ähm, die Steine vielleicht, ähm, schmelzen, damit das dann ein richtiger Stein ist und danach hier so ein Stein... Und das glaubst du aber nicht? Genau so eine Idee hatte ich. Bunker bauen. Ich hatte auch so eine ähnliche Idee. Das ist jetzt kein Witz. Höhöhöhöhöh. Witzig. Ne, jetzt mal im Ernst, ich hatte wirklich auch so eine Idee. Und Leute, falls euch noch nicht aufgefallen ist, wir spielen auch nicht mit dem neuen Shader. Und wir spielen auch noch nicht auf 1.5, weil der neue Shader ist nicht mal für 1.5 verfügbar. Weil der Macher im Moment keine Zeit hat, den zu updaten. Oh du Losche. Aber dafür muss man schon sagen, hat er sich ganz schön Mühe gegeben. Los. Für seine Mods. Erde, geh weg. Äh, hallo, Erde. Hallo. Also denke, es wird noch eine Woche dauern oder zwei, bis wir das Punkt 5 spielen. So, hab Erde. Und ich renne jetzt nochmal gerade zurück. Nämlich, Schikowski. Wegen... Mir. Eigentlich wegen Sand. Oh. Wegen dir nicht. Fall mal laut. Miep. Genau das. Bananasblit, bitte werd nicht sauer. Miep. Miep. Miep, 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 Miep. Ja, ich weiß, hab ich schon längst verloren. Meiner dumm findest du, dass man beim Kämpfen Hungerpunkte verliert. Ja, mach ich auch mal, wenn ich grad gegen Lord Voldemort kämpfe. Ähm, nein. Was? Ich spiel doch kein Harry Potter. Miep. Harry Potter ist ein loser Spiel. Also, wer Harry Potter mag, Entschuldigung. Naja, Harry Potter find ich jetzt auch nicht so toll. Früher vielleicht mal, aber jetzt, ganz ehrlich. Und da, warum wächst da ein Baum, wenn ich all diese Saplings weggemacht hab? In Harry Potter wächst ein Baum. Äh. Klar, da gibt's ja auch nen Baum. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der Baum der Bäume. Das wär ein dummer Name für nen Baum. Der Baum der Bäume. Ja, Mai, der Baum der Bäume. Hallo. Hi. Ich bin ein Erster. Pass auf, ich bin hier und da und jetzt kann ich gegen die Wand. Da fällt mir was ein, hatte ich nicht schon mal Melonen. Na ja. Aber die wachsen auch, die sind dann auch grad noch am wachsen. Egal. Ich geb schon mal ein bisschen Steinschmerzen. Nö, wir behalten erstmal Cabell Stone. Achso, okay. Da ist tatsächlich noch Sand. Ja, okay. Und da ist noch mehr. Ja, du hast hier 16 Millionen, denke ich schon. Ähm, ja. Ja. Ich mach schon mal so ne kleine Umrandung, damit du weißt, wie es aussehen soll mit der Erde. Das kann mal weg hier. Brauchen wir sowieso nicht. Oh, Kohle. Fahr'n ab. Ne, ich versteh'n. Spaß. Weizen. Na, ma, 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 ma. Paar Brote hier. Hehehehe. 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 Mann. Ich bin auch nicht grad der gesundeste Mensch der Welt, obwohl ich seit ein paar Jahren nicht mehr krank war. Jetzt war ein Fuck. Das ist auch sein Ernst. Warum wachsen hier Bäume? Hä? Ich hab mir gar keine Saplings mehr in gesetzt. Also schon. Pff, ne. Bis erst seit gut 5 Minuten auf dieser Map. Und da hatte ich auch einen Saplings ins Sitz, glaub ich. Keine Ahnung, vielleicht. Na, ich hoffe nicht. Nö. Du treust mich so die ganze Zeit, das ist jetzt so überall Setzlinge. Mhm. Da ist ja tatsächlich noch ein Setzling. Hehehehe. Stirb, Setzling. Stirb. Niemand will dich haben. Okay. Muss ich erst noch mal ne Schaufel machen. Ne Schaufel machen. Ich hab noch zwei Schaufel für dich. Ist egal. Meine Maus spinnt. Also in diesem Mal wird man die Wechsel übrigens erkennen hier auf unserer Map, weil er benutzt ein anderes Texture Pack. Hi. Hi. Wir haben fast ins Wasser geflogen. Krass. Oder bei Apple War Pictures immer. Welche Farbe ist eure Lieblingsfarbe? Rot, Blau, Rot, Apfel. Ne, es war Apfel. Das ist so dumm. Welche Showgröße trägt die 42? Ja, also Leute, Apple War Pictures, die sind echt krass. Ja. Ähm. Also natürlich jetzt nicht so krass wie wir, aber... Guck dir das erstmal noch an, ob das schon in Ordnung ist, diese Größe ungefähr. Aber ich glaub das ist schon in Ordnung, oder? Sag ich mal. Blut? Er muss noch ein bisschen mehr weg. Ich sagte, fast der ganze Baum muss weg. Äh, Baum. Fast der ganze Berg muss weg. Und das hier auch vielleicht. Damit hier vielleicht so ein Durchgang kommt, weil was ist denn hier hinten? Land. Ja, hier hinten ist auch so ein Ding. So ein Durchgang. Das hab ich extra gebaut. Okay. Für den Durchgang. Also dann so ein Steindurchgang mit Steintreppen. Naja, aber deswegen muss ja hier die Erde da rum herum weg, damit der Durchgang ein bisschen freier halt ist. Und es wird Nacht. Und ich hab kein Bett. Kannst du ruhig eins holen. Also über, du weißt schon. Ja. Items Too Many. Ja, es wird wirklich Nacht. Items Too Many. Ich hab Too Many Items. Ich hab viel zu viele Items. Ja. Und wo soll ich pennen? Immer noch in meiner Bude. Da ist, glaub ich, noch ein bisschen Platz. Ja, kommst du? Warte mal kurz. Ich hab ne Idee. Ich baue mich hier mal einfach so in die Wand. Hallo, ist hier jemand? Ich glaub, wie du die ganze Zeit meinen Stein aufnimmst. Okay, okay. Das reicht, das reicht, das reicht. Nee, muss nicht mehr an. So. Ähm. Jetzt setz ich mal gleich hier hin und... Okay, wir haben wirklich so viel Pflasterstein. Ähm. Hättest du noch ein paar Fackeln für mich, vielleicht? Okay. Okay. Ich hab gleich mal.